Teilart ist meine Firma seit zwölf Jahren auf dem Markt. Zwölf festangestellten mittlerweile GmbH und wir machen alles mit Plättchenarbeiten, Mosaik, Naturstein, Keramik im öffentlichen wie im privaten Segment. Zu meinem Job, den Plättchenlegen, bin ich in den 90er Jahren Ausbildung gemacht. Ich bin mittlerweile nach vielen Ausbildungen, Weiterbildungen, Platteläger Meister und diese Erfahrungen braucht man natürlich auch, um als Führungskraft in dem Betrieb voranzugehen. Ja, am Anfang war es schwer, auch bei mir. Ich habe mir natürlich dann mit Herz und Verstand meine hohen Qualitätsstandards durchgesetzt und das ist natürlich auch eine gute Referenz bei den Kunden angekommen und das ist einfach der Grundstein für meine Firma gewesen. Ja, wir machen natürlich auch viele, viele Grossprojekte. Im Jahr über sind das um die 25'000 Quadratmeter, die wir verlegen mit unseren festangestellten. Die beste Erinnerung, sage ich mal, ist das Tag in Wettingen gewesen. Da haben wir auch viele, viele Meter verlegt an Mosaik, an Grossformat, Kleinformat, im Saunabereich, im Eingangsbereich und das ist für uns eine gute Referenz, weil tagtäglich viele Leute das Tag in besuchen. Ich habe Herrn Mitscheling über das Internet gefunden. Er hat bei uns die Holzröste auf der Loja angebaut und neue Platten verleiht und ich bin super zufrieden mit seiner Arbeit. Das ist sehr speditiv vorangegangen und sehr präzise ausgewert worden. Ich kenne Herrn Mitscheling seit sechs Jahren und er ist ein sehr zuverlässiger Partner für uns. Er verleiht für uns Platten. Im Gegenzug kommt er bei uns eine Augeplatte einkaufen und das ist eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit ihm. Es ist eine sehr zuverlässige Firma und ich kann beruhigt ihm einen Auftrag weitergeben und weiss, dass es funktioniert. Ja, es ist schon schön, wenn so ein Projekt fertig ist. Dann kann man natürlich sehen, wie zufrieden der Kunde ist, wie wir ihn da mit unserer Erfahrung und Kreativität überzeugen konnten. Das macht mich schon stolz für mich persönlich als mein Lebenswerk, meine Firma und natürlich auch stolz auf meine Mitarbeiter.